Schönen guten Tag meine Freunde auf Maverick TV zu einem neuen Unboxing. Und zwar stelle ich euch heute drei Salate vor der Firma Just Fresh Salat. Und zwar den Bauernsalat, den Thunfischsalat und den Artischockensalat. So meine Freunde, hier ist schon mal der Bauernsalat. So sieht das gute Stück aus. So sieht das gute Stück aus. Hier haben wir den Thunfischsalat. Und den Artischockensalat. So meine Freunde, jetzt schauen wir mal ganz kurz inhaltsmäßig mal rein. Und zwar der Bauernsalat. Schön mit Oliven, Zwiebel und Gurke. Super, schmeckt echt gut. Echt guter. Der Thunfischsalat. Wie wir hier sehen, hat jede Packung auch eine Plastikgabel am Start. Die man hier zusammenbasteln kann in der Mitte. Der Thunfischsalat. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Mit Bohnen und Mais. Da freue ich mich schon. Ich bin richtig eher Salat-Fan-Dicker. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Und hier haben wir noch mal den Schockensalat. Schockensalat. Schön mit Paprika und Zwiebeln. Überkrass. Alle drei sind richtig nice. Immer am Tag holen. Wo es nur noch ein Tag gültig ist, meine Freunde. Da kriegt ihr 30% Rabatt. Kauft sozusagen der Reisalate. Und bezahlt zwei. Schmeckt sehr fresh. Sehr frisch. Sehr lecker. Ich kann es nur weiterempfehlen. Und zwar noch mal hier die Marke. Hier noch mal die Marke. Just fresh Salat. Auf diesem Wege. Haut da rein. Peace. Bis zum nächsten Unboxing. MaverickTV abonnieren, meine Freunde. Ja. Ja. Whoa. Das war's.